hallo jetzt machte von mann monkeys dass die dagsanalyse für nun kurz aufpassen denn heute ist mal samstag normalerweise sag ich immer den ist es dann quasi die analyse für den montag den 17 10 2022 sind morgen auf geburtstag deswegen gibt es zur abwechslung mal heute jetzt schon zum samstag die analyse weil ich das morgen sonst nicht packe zusammen mit webinar und aufzeichnung und text zusammenfassung was man schon mal alles noch machen wird das uns morgen alles zu dinge sich und dann sitze ich wieder bis bis sonst wann in die nacht da deswegen einfach mal heute schon wochenende wird eh überbewertet also unser dachs hat zum freitag hier müssen den kopf in den sand gesteckt aber man muss schon sagen insgesamt ich sag mal von merck es wirkt sehr negativ es wirkt sehr schwach gefühlt ist er den ist den ganzen tag durchgefallen also hat relativ hoch eröffnet und so tief wie nur möglich geschlossen betrachten wir aber alles was wir gestern besprochen haben und erzählt haben und auch an marken und zielen fällt auf jeden fall auf dass unser dachs ja um eine station abgearbeitet hat das heißt etwas fertiggestellt hat er hat um mal die 665 schon mal angeschlagen die 600 angeschlagen und es ist vollkommen okay dass er dafür mal einen rücklauf braucht halt also wir hatten auch im mailer bei uns als im verteiler was hatten wir als rücklauf wir hatten von oben die 35 hatten gesagt wenn die wenn die bricht dann machte auf 45 45 jetzt glaube ich jetzt bringe ich durcheinander und darunter wäre dann auch wieder der bereich um die 370 400 370 eben nochmal wichtig gewesen der wurde jetzt erreicht haben wir auch in der morgenanalyse drüber gesprochen dass unter 370 für mich das so ein bisschen gefährlicher wird aber das eigentliche rücklauf ziel war ja diese 372 ne wir haben immer gesagt diese 370 rücklauf mark um auch wieder hoch zu drehen ich würde es bloß komisch finden wenn er eben runterrutscht und und schon alleine unter 370 fällt weil das schon ankündigen würde dass er dann zur 300 fällt wenn wir jetzt das so noch mal betrachten waren wir eigentlich komplett drüber den ganzen tag bis zum tag des schuss sogar und wir haben oben zwei wichtige ziele abgearbeitet holen jetzt mal halt ein bisschen luft also grundsätzlich muss ich schon sagen auch wenn der freitag extrem schwach wirkte kann das durchaus sein wir sind einen ganzen tag gestiegen wir sind einen tag jetzt ganzen tag gefallen könnte man sagen so ist es ja nicht ganz aber von der strecke her stehen wir gerade mal für was sind das keine 100 punkte tiefer als wir den vortag geschlossen haben oder gerade mal 100 punkte tiefer ne aber der ist ja hier gut ein paar meter hoch gekommen und von daher würde ich es nicht ausschließen dass wir zum montag eine drehung hinkriegen ich würde deswegen sagen alles was montag schon über 4 30 geht wäre für mich persönlich eher terrain um long zu handeln noch mal long zu handeln in richtung 5 560 550 aber auch 600 665 und dann vielleicht schon mal die nächsten ziele wir hatten hier eine 830 mal mit ins spiel gebracht die bleibt jetzt auch weiter gültig ne also es würde auch komisch aussehen was soll es von konstrukt werden also für die rote welle wenn man sagt okay es ist jetzt hier eine verlängerung gewesen ist es sehr unverhältnismäßig passt auch nicht so richtig mit den tiefs es würde als range keinen sinn ergeben weil das hier zu hoch war als flacke würde hier noch ein hoch fehlen also sehr sehr unstimmig in der bewegung wodurch ich sagen würde die ist einfach noch nicht fertig halt ne und dass hier durchaus noch was drüber kommen könnte würde zumindest gut reinpassen wenn er natürlich jetzt fällt sich dann hier noch rein zu hechten also sehr auch sehr komisch aus ne wir haben ja hier oben zwei bewegungswellen die schon unten gegangen sind die sind ja nur relativ straight eigentlich durchgelaufen ne die haben einen klassischen fallwinkel gehabt für einen abwärts drin den haben beide gehalten erst kurz vor bruch dann gelöst er hat das jetzt hier schon vorher gemacht und das zeigt auf jeden fall schon dass der markt versucht hier zu verhindern dass eben noch so eine weder nach unten gedreht wird zu verhindern dass hier wieder nach unten ausnahmesituationen eintritt und hier wirklich käufer versuchen bewusst das ding hochzuziehen auf der anderen seite aber nur noch verkäufer stehen die sagen alter was willst du guck dir die jahres kerze an guckt ihr also ja ich hatte sehr lange nicht fertig aber guckte das bisherige jahr an was soll nächstes jahr kommen nächstes jahr kann ja nicht friede freude eierkuchen sein nach den kerzen die mir jetzt hier in quartals und jahres charts reinballern und deswegen wird auch hier weiterhin auf auf die verkaufstaste gedrückt wie man jetzt hier auch gesehen hat und dann deutlicher abgestoßen ich würde dennoch denken dass der markt sich aus dem bereich auch gut noch mal ein stückchen erholen kann also ich würde das aber festmachen wollen an der 430 sehen wir den markt nicht unter 430 und er fällt uns unter diese 370 das ist mein eigentlich schon führen für den freitag gesagt haben dann geht er auf die 302 auf die 300 2 70 diese zone um 12.300 12.2 70 und dann muss er hochzahlen machte das nicht dann geht er wieder komplett in die range der letzte woche und im zweifel machte dann dort wieder zur seite halten also das wäre für mich wirklich letzte barriere dann 300 2 70 und dann noch mal nach oben zu trainer kriegt er das auch hin wird er trotzdem erst oberhalb von 430 intern als positiv ansehen ja also auch wenn er bei 300 2 70 ist das kann man sich ja wenn eine grüne stundenkerze oder so kommt das kann man schon mal antreten aber ich würde mich nicht einfach dagegen stellen weil im zweifel macht er hier einfach runter box hier normal tiefen dann kommt er auch bloß wieder in die Mitte zurück und dann wird es hier irgendein schiebemuster zur seite halt na dann macht er hier noch mal neues tief dann probiert er noch mal so eine lila welle hier nach oben also fakt ist oberhalb von 430 sehen positiv richtung wieder der oberen hochs darunter ist mir die 372 enorm wichtig kann ich mir gut vorstellen dass er geht und wenn das nicht hält ja dann kannst du erstmal wieder abschreiben dann kann wahrscheinlich die ganze restliche woche zumachen die kiste weil das wahrscheinlich dann wieder nur so ein geröll und gerümpel wird wie hier unten wie wie wir hier schon mal hatten halt ja so meine erwartungshaltung wichtig ist wir lösen uns ein bisschen daraus dass wir uns an den vorherigen wellen orientieren sowohl in der aufwärtsbewegung ist es nicht mehr gleichzusetzen die abwärtsbewegung deutlich deutlich asynchron und der markt zeigt dass er sich davon trennen will von dem was er gehabt hat aber es gelingt ihm noch nicht das ist noch zu viel verkaufsdruck da ist natürlich auch immer aufwärtsgebung das ist das kann so ein absoluter super booster sein wenn das offen bleibt aber aufwärtsgebung abverkaufen ist halt auch immer gleich das geht eigentlich zum dachs immer nie gut das ist immer offene flanke für die für die verkäufer jedes mal ja punkt ja also oberhalb von 34 seien positiver kann mir gut und gerne auch im wochenverlauf dann 830 vorstellen drunter 372 entscheidung abwälzen und wie gesagt wenn das nicht hält und hält ihn da da kann der auch wieder auf die 1 50 100 zurück hier das juckt ihnen dann auch nicht mehr halten wenn 372 sich nach oben zündet dann steht aber wieder hier unten und dann kommt hier ein neues tief hier drunter auch noch ja gut ich wünsche euch was gutes gelingen viel erfolg und bis bis montag fürs video zum dienstag dann